Hier geht Chris Brown mal wieder zum Gericht. Der Sänger kann seine Probleme mit dem Gesetz scheinbar einfach nicht klären. Offensichtlich platzte nun ein Deal in seinem Körperverletzungsfall. Laut People Magazine platzte der Deal, nachdem sich die Staatsanwaltschaft und seine Verteidiger nicht darauf einigen konnten, was er zugeben sollte, was im letzten Jahr geschah.